war das nicht da warum droppt hier holz raus was war das denn noch war das eisen und redstone bitte eisen und redstone ich will nichts anderes holen super super viel eisen super viel redstone wow wow richtig klasse die kiste ist voll auch verkaufspiel auch mal die holzkiste ist jetzt auch wieder voll gar nicht wahr sein doch auch mal nein 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 ich will nicht mit dem conveyor belts weggespült werden dafür blödsinn schon wieder ich hasse die hier hinten zu sitzen bratswurst man muss den ganzen es ist doch nicht wahr kann man nicht mal drehen mit der wench oder so das ist bestimmt in diesem zeit leider nicht möglich ne doch kann die eins auf drehen und ich mache so ein aufwand was kann wäre mit einer mensch drehen wusstest du das nicht ok bin fertig ja ja im moment mach hier grad noch was ja ja klar na das ist kein unendlich aber auch egal eigentlich ich wollte kann ich da unendlich machen so spawn jetzt wenigstens ordentlich da unten so ist okay und so könnte ich ruhig immer sterben da mir gefällt der plan du bist bescheuert dann mach ich die da weg ouch irgendwas boxt dich was denn ja was wohl vor der neid ich bin gleich tot das wiser cat lauf kleiner ich geh pennen hi dede hallo fotze ey guck mal hier was ist das wenn ich drauf klicke das ist mein neid oh jetzt leckst du bei mir lol gefällt mir ich hab jetzt grad zu adrian geschickt und hab gesagt hier das brauchst du dann kannst du so lange zu unten du bist also die mutter der klettern so runter weißt ja darf er noch nicht so schnell runter klatschen lassen ach hässliche katze miez 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 jetzt musst du dich davon sagen hässliche katze dürfte warum ist sie groß naja weil die noch hat weil du die attack hast noch aber die greift mich nicht an mit einmal wenn ich in der nähe bin super cat sterb sterb nicht ich du sollst sterb niemliche katze warte warte steh mal runter da wo ist sie denn hm hast du den grab schon aufgehoben ja hab ich schon steb 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 warte ich hätte auch noch kaum leben gehabt jajajajaja das sagen wir jetzt alle bist ein pisser du kannst nichts wizzling dust wie gehts dir so hm wie gehts dir denn so sie hat sich oben eingeguckt und ist tot gewesen sag dich ja und jetzt hab ich lust zu Decken. Was? Du bist ekelhaft. Um noch mehr damit auszulocken zu sein. Ganz interessant. Lass jetzt bitte deine Hand auf den Stuhl oder so, oder wo du deine Hand auch immer hin tun haben willst. Ich weiß es nicht. Hauptsache da, wo sie... äh... da bleibt. Und nichts anstellen kann. Na ja... Ja ja, Dede. Ich kenn dich, du Schlawiner. Ich hab mich informiert über das Tor-Netzwerk. Da so ab wiederzufüllen, bis du abgehst. Naja, du sollst dich nicht überall reinhacken. Das weiß jeder jetzt. Was? Wo du dich überall reinhackst, ja. NSA und so, weißt du? Da wollte ich jetzt eigentlich weiter mich reinhacken, weißt du? Easygoing und so, weißt du? Ja, funktioniert. Das ist easygoing. Kann ja jeder. Ja ja, klar. Clay kann das auch. Ja ja. Ich spazier auch einfach in den BND rein und da ist eine Wache. Ja. Ja. So muss das. Knusper knusper. Muss das so? Sollten da auch mehrere Leute sein, jetzt eine Wache bitte. Also bitte machen sie. Ich bitte die... Mit dem Soulbiner kann man wiederherstellen? Hm? Ne. Was kann man? Guck grad, wie man diesen... diese komischen... äh... Spawner wiederherstellen kann. Oder gar nicht. Sieht nicht. Scheint nicht. Flimflammen. Flimflammen. Powered Spawner. Spawner, Spawner. Wie heißt der denn hier? Von, von, von der... Von Grinder, der andere. Autospawner? Ich glaub ja. Auto... Keine Ahnung. Kann sein. Der Autospawner. Er weiß. Emuels. Na fuuju. Alter. Alter... Ich bin sehr alt, ja. The fuck? Nee. Ach du Scheiße. Scheiße stinkt. Und ist braun. Der ist behindert. Das weiß, glaub ich, jeder. Mittlerweile. Sollte jeder. Nein, nicht meine Mensch. Ich hab ja nicht gesagt, nicht meine Mensch. Meine Mensch ist mir heilig. So, ich brauchst jetzt die ganze Zeit, was wir noch neigen weg. Der hat wieder Langeweile. Ja, wie immer. Jetzt gleich schlafen. Ja, das wird auch mal Zeit. Spät. Dein kleines Kind. Spät. Spät. Du musst doch nicht in die Schule was machen. Morgen. Weiß nicht. Du hast noch nicht geschlafen, also es ist heute noch Samstag. Hm. Ja, ich weiß. Deswegen. Und wir haben erst... Oh. Ich müsste mal irgendwann einen Cut machen. Kurzen.